Zeichen, die wie Hieroglyphen aussehen und eine Schrift, die heute nur noch dem Namen nach bekannt ist. Stenographie ist den meisten Leuten so unbekannt wie der Oma das Smartphone. Doch trotz aller Digitalisierung ist die Stenographie eine immer noch benutzte Schrift. Frau Hiller-Michel Kemper ist Fachlehrerin für Stenographie und gibt uns Einblicke in die Effizienz und heutige Aktualität der Stenographie. Also das, was wir alle kennen, das ist die Langschrift und dann gibt es eben eine Schrift, man nennt sie Kurzschrift oder Stenographie. Und Kurzschrift ist nichts anderes als kurze Langschrift und eliminiert alles das, was wir in der Langschrift nicht brauchen. Und das, was Stenographie aber überhaupt erst ausmacht, sind sogenannte Kürzel. Das sind Zeichen für einzelne Wörter. Die Stenographie entspringt einer 2000 Jahre alten Tradition und ist bis ins Altertum zurückzuführen. Die heutige Stenographie wurde 1924 verabschiedet und in den folgenden Jahrzehnten immer wieder reformiert. Vor allem als Diktatschrift ist die Stenographie bekannt geworden und hat einen großen Nutzfaktor für diejenigen, die sie beherrschen. Also der, der Stenographie kann, wird die Stenographie tatsächlich zum Notieren, Konzipieren und auch zum Protokollieren benutzen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie die Stenographie beruflich eingesetzt wird, hat sie heute mehr denn je Gültigkeit in unseren Landtagen und im Bundestag. Dort werden alle Debatten protokollarisch in Stenographie aufgenommen als Wortprotokoll und stehen ungefähr sechs bis acht Stunden nach gehaltener Rede Ihnen dann zur Verfügung. In der Stenographie unterscheidet man zwischen drei Arten der Verkürzung, die Frau Michel Kemper unserem Team einmal gezeigt hat. Ich würde Ihnen ganz gerne ein Beispiel geben in grafischer Hinsicht und zwar einmal das, was wir alle gelernt haben. Wenn ich schreibe, ich stehe auf dem Standpunkt, dann merken Sie schon, dass ich in der Langschrift einiges an Zeit benötige. Wenn ich dann die Kurzschrift erlerne, erlerne ich zunächst einmal die Verkehrsschrift und in der Verkehrsschrift lernen wir einzelne Buchstaben kennen. Wir lernen Zeichen für Silben kennen und wir lernen Zeichen für sogenannte Kürzel kennen. Und da schreibe ich Ihnen doch jetzt einfach den Satz einfach mal in Verkehrsschrift auf. Und zwar heißt es, ich stehe auf dem Standpunkt. Das wäre jetzt der Satz in Verkehrsschrift. Der zweite Kürzungsgrad wäre die Eilschrift. Das heißt, wenn ich mir relativ sicher in der Verkehrsschrift bin, kann ich das Ganze noch einmal verkürzen und dann käme folgender Zeichenbestand heraus. Ich stehe auf dem Standpunkt. So sähe der Satz in Altschrift aus. Und diese Altschrift, wenn ich sie dann sicher beherrsche, kann ich noch einmal verkürzen, um noch effektiver mitschreiben zu können, wenn etwas gesprochen wird. Und hier reden wir jetzt von der Redeschrift. Und dann sieht dieser Satz aus. Ich stehe auf dem Standpunkt. Und das ist dann mein ganzer Satz. Und jetzt können Sie alleine schon aus der optischen Sicht entnehmen, dass hier ein gravierender Unterschied besteht zwischen der Langschrift und der Kurzschrift. Und Sie merken, da kann man eine ganze Menge machen und auf jeden Fall dem gesprochenen Wort folgen. Kompliziert und anstrengend zu lernen, das denken die meisten Leute über die Stenographie. Doch welchen Nutzen habe ich persönlich von der Stenographie? Die Stenographie hat nicht nur einen Nutzwert, sondern sie hat auch einen Bildungswert. Der Bildungswert ist, möchte ich fast sagen, für die Persönlichkeit eines Menschen noch sehr viel größer als der Nutzwert. Sie, wenn Sie die Stenographie erlernen, schärfen Sie Ihre Aufmerksamkeit. Sie verbessern Ihre Konzentration. Sie haben einen anderen Blick für ein Formempfinden. Sie bekommen ein innigeres Verhältnis zur Sprache. Sie setzen sich mit der Grammatik Ihrer Muttersprache ganz anders auseinander, als Sie es wahrscheinlich in einem Deutschunterricht, sprich wenn Sie Langschrift erlernen, machen würden. Die Stenographie umfasst so viel, dass es, wie gesagt, den Nutzwert, dass der Bildungswert fast größer ist als der Nutzwert. Deine Ahnung, ich komme jetzt mit der Nutzwertkante. Aber die Sonne ist noch nicht in der ganzen Welt. Aber dieith prosmie ist noch nicht in der Nutzwert. eine Nutzwertkarte. Das ist das eine Nutzwertkarte. Und das ist das eine Nutzwertkarte. Vielen Dank.